Mein Vater, er wurde erschossen. Meine Mama hat sich darum gekümmert, mich nach Deutschland zu bringen. Ich habe immer viel gelesen über die Türkei und den Kohlenkonflikt. Und warum mein Vater ums Leben kam. Ich bin auf der Türkei und die Türkei, die die Türkei vom Nevroz und die Türkei schacht. Ich habe mich nicht gewusst. Ich wusste es, dass ich die Türkei weiß. Ich weiß, dass es schwer ist, in der kurdischen Politik, in der Türkei. Aber ich würde niemals aufgeben. Ich muss dafür sorgen, dass den Menschen nichts passiert.